Wo ist er hin? Wo ist er noch ein Park? Ich komme mal vor. Schön erwischt. Ah, da war der Springer. Was ist das? Er ist tot. Er liegt. Er bewegt sich nicht mehr. Sehr gut. Oh, von meinem Maschinengewehr ist keine Munition. So, ich gehe mal wieder auf die Eisenpfeile. Doch, ein Springer. Noch ein Springer. Ah, der ist unter mir. Szene. Ich habe einen anderen erwischt. Den... Ah, der scheint tot zu sein. Ein bisschen getroffen hat schnell erschauen. Du stehst nicht mehr auf. Ach man, ey. Bist du, da drüben ist ein Springer, ne? Reifst du da drüben das Haus an. Das ist in Ordnung. Könnt ihr ruhig machen. Das ist mir völlig egal, was er da drüben macht. Oh, muss repariert werden. Der Springer ist tot. Du hast deine Waffe, oder? Ja. Aber was sollst du denn reparieren? Munition, ne? Die Munition muss repariert werden. Kleine Leer. Jetzt braucht's leer. Ich guck mal auf die andere Seite, wie's da aussieht. Mach das. Hier drin ist gar niemand. Alles klar. Wieso bin ich auf die Seite mitgegangen? Weil auf meiner Seite ist es vor irgendwie nicht so... Ener ist hier. Nicht so berauschend. Ja, aber auch da. Hier ist niemand, hier ist niemand. Kommt doch mal niemand. Ach, aber ne, einfach ab. Dann schön was los hier. Aber das ist... Sie wollen jetzt alle... Weil hier die Leiter ist, ne? Deswegen wollen die wahrscheinlich auch wieder hierher. So. Na, was willst du dort hier? Kannst du dich mal dazulegen. Legt euch doch einfach mal hin. Was wäre doch das Beste für alle Seiten? Oder etwa nicht? Jetzt wollt ihr auf den Kopf treffen und habt... Alles mögliche, doch. Noch nicht im Kopf. Das war's Bein. Das war nichts. Doch bei einem von dem anderen, der schon tot war. Mit der Pistole komme ich irgendwie sehr gut zurecht. Trifft noch besser, ne? Hm. Also das Maschinengewehr war natürlich geil. Aber es ist ja leider die Munition alle. Das Maschinengewehr macht halt mehr... Tatatatatataten, ne? Aber die musst du bei der Pistole auch nicht ständig nachladen. Nein, nur bis Magazin alle ist. Ja, bei der Schrotflinde, das ist ja... ...muss der einen lieben Schuss. Ja, da musst du öfter nachladen. So, die sind wir hier runter. Stehst du direkt bei mir? Ich steh hinter dir, ja. Dann geh ich mal nicht so weit hin, sonst nimmst du dich die schubsen oder so. Du kannst mich auch schubsen, das macht nicht so schön. Schuss mich einfach nur nach hinten. Wir bringen hier drüben die Terrasse bestimmt irgendwann mal noch zum Einstieg. Die hab ich erwischt. Der nicht. Das ist ein Bild, wenn du hier so schießt. Ey, was wie siehst du mich an? Oh, Vogel. Hast du den gesehen? Nee, der hat mich angegriffen. Da war der erste Vogel. Polizisten hab ich noch kennengesehen. Ich auch, nee. Wollt ihr jetzt mal den beschreien? Nee. Ach, Mann. Zum Glück hab ich mir so viele Pfeile gemacht. Das hab ich natürlich hier oben direkt ran geschossen. Aber nicht durchs Loch. So, jetzt mal aufpassen, weil die kommen ja ganz schön hoch. Hm. Da hast du Sprengpfeile noch, oder? Hab ich noch, ja. Ja. Aber die dezimieren sich doch gerade so schön. Voll im Rücken geschossen. Was ist hier hinten noch los? Einfach mal wild irgendwo hingeschossen. Der Hund kommt auch hot. Der Hund ist da. So, nehmen wir mal einen Sprengpfeil. Sprengpfeil. Sind die alle hier? Hier unten können wir nochmal schön den reinjagen. Okay. Noch irgendwo eine Horde. Da reichen mich gleich was an, oder? Vogel? Ja. War ein Vogel. So, zurück zum Bogen, der auch gleich repariert werden muss. Und es ist noch ein Hund. Aber hier ist mehr los. So. Hier sitzt nochmal eine Horde hier unten. Mal eine Horde bei dir. Moment. Hier. Achso. Bogen reparieren. Moment, ich reparieren mal meinen Bogen. Mal ein schön durchschlippen. Aber gut, ne. Da kommen sie wieder. Jetzt hab ich keinen mehr. Sprengpfeile sind aus. Null Uhr. Noch vier Stunden. Eventuell. Man weiß es ja nicht. Ja, länger auf keinen Fall. Ich schaue, bis es können noch da sein. Aber dann... Ah, die kommen ganz schön hoch hier. Hast du ja schon gesagt, ne? Mhm. So, der ist weg. Ähm. In den Rücken schießen. Das Bein schießen. In irgendwas schießen, was dich da bewegt. So, der ist weg. Ich bin ja so schön am Haufen. Scherl ist den Vorteil. Man kann wenig was daneben schießen. Mhm. Ich sag mal nicht, gar nicht. Weil selbst das schaffe ich, durch alle durchzuschießen. Ja, das schaff ich auch. Also, ich nehme es nicht böse, wenn wir mal jetzt nicht auf den Chat reagieren. Es ist gerade hier vollkommene Anspannung. So, der wird hier nochmal erwischt. Der ist auch tot. Der ist tot. Ne, noch nicht. Okay. Oha, das war ein Headshot. Jetzt hat sich der Rücken bewegt. War da noch was? Ist nicht möglich. Manchmal sehe ich gar nicht, weil es ist jetzt noch ein Lebender und Toter. Hier sind eigentlich alle tot, wenn es danach geht. Was wollt ihr denn hier unter mir? Oh, so der Dicke ist auch jetzt da. Guck nach oben. Ja, die gucken manchmal nach oben. Macht mir reiche Angst. Oh, voll in Kopf. Oh, auch Kopf. Von hier treffe ich gut in Kopf. Oh, nur noch 79 Millimeter. Patron. Immer die halben Sätze von mir, ey. Steinpfeiler hast du ja noch, ne? Ich habe auch noch Schrotflinden-Munition über 400. Du kannst ja noch was schießen. Na ja. Sie hat noch ein bisschen was zum Schießen. Komm, ihr müsst euch legen. Ihr müsst euch hinlegen, sonst wird das... Nein, ihr kommt hier nicht hoch. Ihr sollt nicht hier hoch. Keineswegs sollt ihr hier hoch. Ich weiß, das hättet ihr alle gern. Hier aber nicht. An dieser Party hier oben teilzunehmen. Oh, Entschuldige. Ihr seid alles ausgeladene Gäste und wollt jetzt die Party stürmen, ne? Nein, das lassen wir nicht zu. Polizist. Unter mir. Ich habe bloß das Grüne gesehen plötzlich. Ah. Ich bin mal ein Stück weiter hinter gegangen. Tot. Hoffe ich. Zumindest was machen wir. Der explodiert ja auch, wenn wir den... Zwei, einer noch. Hier an der Ecke. Frei. Ich seh'n die grad von hier aus Gorni. Ah, ich hebe gleich los. Irgendwas hat mich jetzt wieder erwischt. Oh, oh, der war explodiert. Die scheinen weg zu sein. Ich guck noch mal hier ringsrum. Hm, schau mal. Hier komm noch Freie. Hier komm noch einer angerannt. Ich versuch' hier gerade weiter einfach mal zu gucken. Hier rennen aber alle zu dir. Zu verhindern, dass die irgendwie klettern. Aber hier vorne ist keiner. Du bleibst liegen. Du legst dich auch hin. Nee, hier vorne ist keiner. Du kannst dich dazu legen. Guck mich nicht so böse an. Obwohl ich dir in die Seite schieße. Oh, vor dem Fuß erlischt. So, was ist mit dir? Genau, hinlegen. Was haben wir hier unten noch? Ja, du bist ein bisschen hibbelnig drauf hier. Leg dich hin. Stehst wieder auf? Okay. Ah, bist du weggerannt, hä? Bist du weggerannt? Ja. Genau, leg dich wieder hin. Sie hat die Schrotflinde ausgepackt. Die andere Munition ist alle. Man hört das an den einzelnen gewaltigen Schüssen. Ich hab gar wieder was Grünes gesehen. Kann das sein? Oder was bloß der Blitz? Weiß ich nicht. Ich hab nichts Grünes gesehen. Gut. Dann war es vielleicht auch bloß ein Blitz. Oder könnte ein Schuss hochgewäßt sein? Kann sein. Jetzt muss ich kurz das aufleuchten. Na, komm mir. Ah, ein schöner Headshot. Ein schöner Beinshot. Ein Legshot. Ein Legshot. Ah ja. Ah, was haben wir hier noch? Wir müssen doch Zwillinge sein, ne? Obwohl, es kommt schon einfach mit Zehnlinge. Nein, du bist mir eindeutig zu weit oben. Genau, okay, wieder runter. Hier kannst du dich hinlegen. So, das ist wieder so eine Frau, so eine kräftige. Blut hingelegt. Du gehst unten. Ah, sehr schön. Du bleibst auch unten. Ihr sollt unten bleiben. Ich schieß euch die Beine weg. Ich weiß, ich brauch die Hände zum Klettern, aber ich schieß euch trotzdem die Beine weg. Dann kommt er ja nicht mehr so hoch. Oh, Bogen ist schon doch kaputt. Polizist hier unten. Du bist? Neben dir. So, das Polizist hier unten. Okay. Unter mir direkt. Ist er weg? Er liegt zumindest. Er liegt zumindest. Scheint nicht zu explodieren diesmal. Gut, dann kümmere ich mich wieder an hier. Hattest du eigentlich mal nur zu produzieren? Hatten wir da irgendwas? Nee, in dem Spiel nicht. In dem Spiel haben wir ihn kennen, gut. Jetzt hätte ich hier mal was rum. Ansonsten hätten wir dort dann runterschießen können. Ja, hier gerade bei der Leiter kannst du gut runter. Nächstes Mal. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Da ist was Grünes. Ja. Hier kommt das Seuchenglauf. Ich muss aber hier gerade. Bist du runter? Nee, nee. Gut. Der spuckt halt. Ja, ich muss bloß gerade hier, weil die wollen hier gerade verdammt hoch wieder. Und man sieht den da nicht, wenn der hier auch so rumspuckt, weil er in dem Grün verspindelt. Gut, gehst du da runter? Jetzt ist er hier unter mir, also neben uns quasi. Hier gehen sie gerade wieder ganz schön... Du bist mir zu weit oben. Komm, komm, geh weg. Bleib unten. Du bleibst auch unten und du hier, du... Bleib doch mal unten. Warum wollt ihr alle hoch? Hey, was soll das? Jetzt hab ich ne getroffen. Gut. Mit der Schrotflinde treff ich nicht so gut. Also, weil ich mal sehen, wie man... ...Pristolenmunition noch herstellen kann, ne? Hatte ich doch die 9mm. Hm, noch mehr. Oh, Polizist, Polizist! Wo? In meiner Richtung, direkt unter mir. Ah, hier. Leg dich hin, komm. Er scheint nicht zu explodieren. Aber er ist tot. Das hätte ich sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. So. Dann bin ich der Gott deiner Heilung. Lachen. Lachen. emer委. Arων. Er... Vielen Dank.